So, ich stehe hier nicht irgendwo in der Arktis oder auf dem Brocken, nein, ich bin in Großbritwede und es schneit in den Zeugnisterien und bei diesen Witterungsbedingungen ist es natürlich einfach doof zu Hause rumzocken und deswegen habe ich euch mal ein paar Urlaubsziele mitgebracht, die vielleicht was für euch bären ist für das verlängerte Wochenende, wo ihr hinfahren könntet. Einmal Kalifornien ist zwar etwas weiter weg, aber da ist es definitiv wärmer als hier. Dann Kuba, auch sehr schön, zwar ein bisschen kommunistisch, aber nicht schlimm. Dann nach Kreta, in Griechenland ist es ja immer schön warm und ich glaube da schneit es auch nicht so häufig wie hier. Und natürlich nach Barcelona, also wer einen Städtetrip ins Warme machen möchte, Barcelona eignet sich auch sehr gut.